Ja? Und warum war sie ganzen Tag bei uns, du behinderte Skins? Sooo! Aaaaah, Alter! Könntest du bitte? Ich hoffe mal, ich kann... ...un Spielen hauen, also... ... vor allem hat das nicht geklappt mit dem Spielwerk... Ah, ok. Ok, Kräsebraten? Ja. Äh... Unspuck of Raid? Aaaaaaah! I bet no one knows why we're laughing. Lass mich überlegen... Jetzt und nein. Ist du YouTuber? ... was gotten you... äh... äh... Nein, aber... ... eventuell kommen Teile von dem Spiel in ein Video rein. No? No! Äh... Thema Prestige Alpe... Schatz! Dein Weg! ... zu bauen. Das ist eh wegen Käsebraten gestartet. Das hat Käsebraten gestartet. Ja, der hat das gestartet. Was hab ich gestartet? Oh, man! Ich glaub der ist 22 oder so. Ich weiß ich grad nicht. Käsebraten, bist du gut in... 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 Rainbow? Eh nicht. Äh, ich bin in eurer Lobby. Dann bist du nicht. Dann bist du nicht. Ein bisschen in unserem Krupp. Äh, bist du gut... Bist du gut im Rainbow? Äh, wenn du meinen... ... KD anguckst, dann... Nein, ich will das von dir ran. Glaubst du, dass du gut bist, äh Käsebraten? Ich schätze mich nicht selber ein. Ja, sag doch einfach. Er denkt selbst, er wäre richtig scheiße. Äh, also, ja. Ja, das hab ich auch so verstanden. Er weiß, dass er scheiße ist. Er will es aber nicht zugeben und so sagen. Ja, das hab ich auch so verstanden. Boah, ich... ich dislike dich. Und ich... Mach doch. Deabonier dich und sein... Oh Gott! Nein, bitte, bitte nicht deabonieren! Nein, bitte! Nein! Nein! Bitte nicht deabonieren! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa... HeheheH... Scheiße... Ich war' grad in der Mapp, sorry, ich konnte mich direkt anpassen. Ja, kein... Ja, du Käsebraten, was hältst du jetzt eigentlich von dir? Denkst du mir, du bist ein guter Rainbowspieler, oder...? Ich denk, dass du Scheiße bist! OOOOOOOHHHHHHHHHHHHHH! Ojing! O seine Ansage, also du bist zu 1 gegen 1 haltsführen! Eloveh, ich verstehe esa.... Hau ich dir das gesagt? wenn du zu jemandem sagst das scheiße ist dann ist das ein indirektes wort für ja ich möchte ein eins gegen eins und nein 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 ist ein behindertes kind auf der anderen ist eine bumme nach der anderen raus wie der kollege käsebraten sag mal diese braten mit wieviel jahren hast du denn der playstation bekommt das ist noch wie kajou mit 8 und wieviel jahren hast du das erste mal auf die fresse bekommen das macht er wahrscheinlich schon das hat er wahrscheinlich schon mit zwei jahren von seinen eltern das ist ein mädchen ist ja aber damals warst du schon zu gehen damals warst du bist schon echt herzlich als die junge deine mom ist nett ist ein netter kerl ja man ja ja er hat man das ist mein konsept am freien der box ich glaube ich hab die angenommen ich glaube ich hab die angenommen ich glaube ich habe ich habe ich habe ich habe ich habe ich habe ich sage wie behindert ihr seid oder auch bitte nicht bitte sag doch nicht noch mal nicht du nicht damit damit fixe mein ego ist die ich so, ihr seid scheiße ihr seid genauso scheiße wie scheiße krieg ich drei minderwertigkeitskomplexe wenn ich das sage Ich glaub, meine Ohren bluten gerade. Was waren das für ein beschissener Roast? Genau, ich hab deine Mutter gesehen, die war so fett. Und wo hast du sie gesehen, du behindertest Kind? Ein Puff um die Ecke. Und wo? Ey 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 ey, helf mal heisen. Äh, äh, ja? Und warum war sie ganz im Tag bei uns, du behindertest Kind. So. Waaat. Kannst du bitte aufhören? Oh. Kannst du bitte aufhören ins Etch-Chat zu masturbieren? Oh. Der German left the game. Deez Nuts